Konnichiwa Minasan und Willkommen zurück bei den OSL Viertelfinalspielen. Diesmal machen wir die Gruppe B und zwar Fantasy gegen Luxury und mit wir meine ich mich. Also ich mache jetzt Fantasy gegen Luxury. Ja, das kommt davon, wenn man es so sehr gewöhnt ist zu zweit zu kommentieren. Okay, Fantasy der Terraner in der rechten Ecke. Der weiße Terraner nach rechts. Genau, da haben wir ihn gerade gesehen mit seiner Brille. Und Luxury, der blaue Zag unten. Da ist er. Okay, wie sieht es bei den beiden Spielern aus? Noch mal ganz kurz. Fantasy hätte fast die letzte OSL gewonnen. Im Finale hat er allerdings gegen Stork verloren, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil ich Stork toll finde. Und ähm... Insgesamt. Seine Gewinnrate bei 52%, also naja geht so. Gegen Zerg interessanterweise am schlechtesten mit ungefähr 48%. Was bei Fantasy so ein bisschen die Sache ist, ist, dass der, also noch vor Lita, den wir jetzt in der MSL gesehen haben, noch vor Lita so ein bisschen als zweiter Flash, also als zweiter großer Terraner. Als nächster großer Terraner gehandelt wurde, wurde auch entsprechend sehr gehypt, so wie Lita eben. Und, naja, wie ihr seht, 42% ähm... Naja, dann doch alle enttäuscht. Ähm... Aber, natürlich ist er immer noch ein guter Spieler und ähm... Das zei... Ich meine, er ist im OSL Viertelfinale, das zeigt schon, dass er ziemlich gut spielen kann. Aber eben nicht ganz so gut wie andere. Und auch nicht so wie Flash. Ähm... Ein bisschen für kreative Bildsuche bekannt, aber gut. Ähm... Luxury auf der anderen Seite, den haben wir jetzt auch in der MSL schon gesehen. Wie gesagt, zusammen mit Stark, äh, der einzige, der in beiden, äh, liegen noch... Noch, ähm... Überhaupt, ja... Überhaupt, ja... In den letzten Spielen drin ist. Ähm... Entschuldigung. Ähm... Man formiert die Pferdeköpfe. Sag mal. Oh mein Gott. Ich möchte zu gerne wissen, was da auf den Schildern draufsteht. Das würde mich echt interessieren. Ähm... Derweilen übrigens noch, äh, Luxury mit seiner Expansion schon und äh, den späten Pool. Äh, ja... Fantasy bunkert sich da schon ein bisschen ein, so wie es jetzt gehört. Okay, ähm... Ja, Luxury, genau. Der wiederum hat gegen Stark gewonnen, weswegen ich ihn hasse. Äh, nämlich bei dem... Bei der WCG 2008 im Finale in Köln. Äh, aber... Na gut, er ist ein ziemlich guter Zerg. Ähm... Ungefähr 60% gewinnen KTÜ, äh, generell und gegen Serrano zwar nur 55%. Und auch der schlechteste, äh, Matchup. Aber... Hey, es geht noch. Ähm... Zurzeit, ähm... Zurzeit... Zurzeit ziemlich ziemlich gut. Wie gesagt, in der MSL und der OSL gleichzeitig. Das muss man erstmal hinbekommen. Ähm... Ähm... Die Karte ist jetzt Medusa. Und, ähm... Ja... Was natürlich, äh... Sehr deutlich bei dieser Map zu sehen ist, dass wir jetzt gerade auch ein bisschen beobachten können, ist eben diese riesen Plattform hinter der Main jeweils von hier. Ähm... Da drauf auf diese Plattform ist ja eine Mineral-Own-Expansion. Also eine, ja, eine Erweiterung mit nur Mineralien, die man nehmen kann. Die dann natürlich, äh, ziemlich einfach zu... Ähm... Zunehmend geht's aber. Natürlich, äh, muss man da mit Warps natürlich sehr aufpassen. Vor allem bei Terranern dann natürlich sehr praktisch, wenn sie dann auch gleich mit, äh, Panzern und so, woppen können und dann, ähm, ähm, deine Main einfach mal zerstören können. Ja, die Natural dann schon ein bisschen weiter abgelegen. Äh... Die nimmt jetzt gerade auch Fantasy. Äh... Sehr vernünftig. Natürlich mit ihrem zweiten Gas dann schon... Ähm... Sehr praktisch. Wird er... Vielleicht, äh... Nehmt er ja tatsächlich das Gas und, äh, geht dann... Produziert dann tatsächlich Fabrikeinheiten. Das wäre natürlich sehr interessant. Das wäre dann so ein Mac-Build. Ähm... In erster Zeit... Also... Ja... Schon die letzten Monate... Äh, äh, Mac-Builds gegen Zerg von Terranern interessanterweise sehr populär. Wo es eigentlich bisher immer Standard war und zu Recht Standard war. Und da sind nur Magic Marines gegen Zerg eingesetzt werden. Äh... Aber auch Fantasy, gerade einer mit seinen kreativen Builds, der auch gerne Mac genommen hat, auch gegen Zerg. Und, äh, auch so Späße wie halt schnelle Raumjäger und... Ah ja, da ist... Oh! Ja, wo wir gerade dabei sind, da ist die Factory und da ist auch schon... Ein, äh, Raumportal. Äh... Starport, wie der auch immer heißt. Ihr wisst, was ich meine. Dann der Sp... Oh ja, okay. Äh... Mythralisten-Bau und Spire für Luxury. Das scheint so irgendwie... Also irgendwie habe ich den schon jedes Spiel so machen sehen. Das scheint sein Lieblingsbild zu sein. Ah, okay. Ihm zu Ehren nenne ich das ab jetzt Luxury-Build. Ähm... Ich weiß nicht, ob das jemand anderes erfunden hat und welche anderen Zeit das noch alles machen. Vielleicht macht das ja jeder im Moment, weiß ich ja nicht genau. Okay, aber ich nenne den Bild jetzt einfach mal Luxury-Build. Und zwar eben Spire und Hydralisken-Bau praktisch gleichzeitig. Und, ähm... Ja... Zwei Hedgeries. Wobei bestimmt bald eine dritte nehmend. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm... Okay, äh... Luxury darf jetzt Fantasy natürlich... Also, andersrum gesagt... Luxury muss jetzt Fantasy natürlich harassen unbedingt. Ähm... Muss ihn unbedingt stören bei seinem Aufbau. Ähm... Äh... Darauf ist Fantasy natürlich schon vorbereitet. Mit seinen Turrets, äh... Ist er schon mal... Ansatzweise gegen Mutalisken gewappnet. Und... Ah, okay. Schon auch mit jeder Menge Minen, ähm... Die seine Adler auslegen mitten auf der Map. Äh... Vielleicht gegen Lurker, aber... Ja... Wahrscheinlich auch nur mehr zum Nerven im Moment. Äh... Da ein einziger Zerkling, den er gerade betötet. Super gemacht. Hm... Ja... Also hat Fantasy im Moment beim Verteidigen... Weil ich schon vielleicht baut er gleich ein paar... Ach! Oh mein Gott! Das hab ich ja gar nicht gesehen! Eine Walküre! Wow! Ja... Ja... Auch das hat Fantasy schon mal durchgezogen. Ähm... Ja... Also wundert mich jetzt nicht allzu sehr. Aber wow! Bei Küchen und... Ah! Da ist ja auch schon ein Raumjäger. Okay. Fantasy also schon mal voll auf... Auf ähm... Luft-Einheiten aus. Schon mal sehr auf Mutalisken vorbereitet. Äh... So wie... Ja... Ich will ja jetzt nicht spoilern. Aber sowas haben wir ja schon mal gesehen. Ähm... Wow! Wenn Sie sehen, da muss man einfach manchmal echt sagen. Respekt! Äh... Da muss man sich auch erst mal trauen, sowas zu spielen. Äh... Das vielleicht mit einem Grund, wieso er dann am Ende... Äh... Nicht ganz so gut gespielt hat, wie erwartet wurde von ihm. Zweitens gab es interessanterweise hat er nicht genommen. Äh... Sollte aber vielleicht gleich nehmen. Und was war das? Oh! Achja! Eine Mine! Ha! Okay! Tatsächlich! Eine Mine hat tatsächlich zwei Löcke erwischt. Das hat jetzt äh... Lachswie auch gerade nicht gefallen, wie man gesehen hat. Und okay! Jetzt wird's kritisch! Oh! Okay! Okay! Er sieht die Valkyren! Ha! Die Mutalisken in der Main zum Harassen, aber... Schon im Fall von dem Valkyren schnell weggejagt. Da sind wir jetzt auch ein bisschen an seinem Gesichtsausdruck. Da merkte ich schon, na... Das war nix. Ja! Halkyren natürlich äh... Anti-Luft-Einhalten. Extrem praktisch gegen Modalisten. Ähm... Und wie wir jetzt auch sehen, tatsächlich die dritte Hedgerie von... äh... von Luxury. Wie man das erwarten könnte. Okay! Und das sieht so ein bisschen aus, als würde... Ähm... Fantasy wieder so ein bisschen auf Bio-Bild umsteigen. Und noch ein paar Bunker. Okay! Gut! Ähm... Ähm... Zerglinge. Naja. Wie auch immer. Ähm... Muss er wissen. Ohahaha! Jede Menge Lurker! Äh... Ja! Also... Typischer Luxury-Bild. Jede Menge Mutalisken. Jede Menge... Äh... Jede Menge... Hydralisten. Äh... Quatsch. Jede Menge Lurker dann. Hydralisten in Tullerker quasi. Passt Geld? Okay! Minus Gerch ist natürlich jetzt... Er ist natürlich sehr praktisch, wenn er damit die Walküren abschließen könnte. Das wird er sicherlich probieren. Fantasy finde ich auch immer interessant mit dem Gesichtsausdruck. Auch ist auch bei ihm immer irgendwie dasselbe. Und auch jedes Mal irgendwie mit offenem Mund. Also... Das könnt ihr echt beobachten. Jedes Mal, wenn sie ihn zeigen, immer hat er einen offenen Mund. Finde ich sehr faszinierend. Äh... Ein sehr guter Harass jetzt von Luxury. Super! Äh... Mit den Mutalisken schon ein paar Turds hier abgebaut. Und äh... Die Skulls haben schon mal aufgepasst, dass er jetzt die Walküren... Nicht so schnell eingreifen können. Die Walküren sind zweites da. Konnten jetzt aber nicht mehr viel machen. Und... Schon eine vierte Hatchery oben. Bei ungefähr 12 Uhr. 11 Uhr. Von... Äh... Von... Laksui. Genau. So heißt der. Mouhaha. Gut. Ähm... Was natürlich jetzt immer noch fehlt. Oh man... Hinten keine Verteidigung mehr. Und... Oh ja. Äh... Wie ihr bestimmt wisst, wenn ihr die Karte schon ein paar Mal gesehen habt. Äh... Genau. Die Lurker, habt ihr gerade gesehen, greifen die Tempel an. Die natürlich als neutrale Gebäude blockieren da... Äh... Den Aufgang zu... Zu... Genau. Zu... Die... Gerade dieser Riesenplattform. Und ähm... Lurker natürlich sehr praktisch dafür. Mit dem Splash-Sharten... Äh... Können die alle Tempel auch auf einmal auseinander nehmen. Es sind ja ungefähr... Pfff... Zehn oder so... Tempel übereinander gestapelt da. Das heißt, wenn man das mit... Äh... Mit einer Einheit ohne Splash-Sharten macht. Dann dauert es ungefähr... Ja... Fünf Jahre, bis man die Tempel zerstört hat. Äh... Grob gerechnet. Okay. Immer noch ein kleiner Luftkampf. Äh... Was natürlich von Fantasy-Seite fehlt, ist... Der Harass von äh... Ja... Der Gegen-Harass mehr oder minder. Okay, die Tempel sind jetzt zerstört. Jetzt wird er da oben auch rauflaufen können. Und... Oh je, genau. Da kommen die Lurker auf der Plattform. Es sieht so aus, als hat Fantasy... Okay, doch. Fantasy muss ich jetzt gesehen haben. Durch die Wahlküren. Aber äh... Sie muss... Ist natürlich jetzt die Überlegung... Kann auch rechtzeitig reagieren. Magic Marines und Tanks... Oh je... Oh... Oh ne, die Panzer werden durch die Motelisten zerstört. Und die Lurker tun auch ihr selbiges. Ohhhh... Guter Angriff von Laxvie. Und... Ohhhh... Fantasy hat nichts. Hat keine Verteidigung mehr dahinten. Jetzt erst... Okay, jetzt wieder ein paar Marines und noch ein paar... noch ein paar Panzer. Aber... Ahhhh... Laxvie ist sehr gut. Hält ihn kritischerweise wieder von Minen ab. Und ähm... Ja... Lurker genau hinter der Mineraline in der Main. Und dann auch noch erhöht auf der Plattform. Ich meine, das ist glaube ich die Definition von Böse. Also... Boah... Boah... Eklig. Ja, ähm... Die Mineral Only wird jetzt äh... Äh... Fantasy... Natürlich auch nicht mehr so schnell nehmen können. Das heißt jetzt auch kuchen zwei Basen. Äh... Fantasy... äh... Quatsch... Laxvie... Der andere... Ähm... 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 Und... Fantasy merkt es wohl noch nicht gar nicht... Äh... Noch gar nicht so richtig. Äh... Oh... Großes Unheil. Uh... Sehr gut gespielt von Laxvie. Äh... Fantasy scheint so ein bisschen überfordert zu sein. Äh... Äh... Ja... Die paar Baiküren... Werden jetzt dann auch nichts mehr nützen. Und... Oh... Immer mehr SUVs gehen verloren. Das kann Fantasy so nicht aufhalten. Äh... Das kann... Fantasy nicht so aufrecht erhalten. Andersrum... Das kann... Ne... Das ist GG. Also ich werde es selbst schon sagen. GG... äh... Laxvie hat definitiv gewonnen. Äh... Keine Chance, dass Fantasy da nochmal zurückkommt. Wie gesagt, zu sein seiner Basis. Laxvie kann jetzt über die ganze Karte expandieren. Und... Äh... Fantasy wird ihn nicht aufhalten können. Und damit ist das Spiel schon zu Ende. Und da jetzt nochmal ein Frontaler Angriff in der Main. Oh mein Gott, wie viele Mutalisken sind das? Äh... Interessanterweise... Äh... Hat er jetzt das ganze Spiel über gar nicht so richtig gestapelt. Und dadurch sieht man jetzt auch, äh... Kann man jetzt sehr fast wieder abzählen wie viele sind. Und... Auf jeden Fall genug wie man sieht. Hahaha... Wow. Äh... Keine Chance, die Einheiten sobald sie aus den Kasernen draußen sind, sind sie auch schon mehr tot. Die Valkyren machen nichts mehr gegen so eine Masse. Fantasy natürlich, äh... Immer noch mit einem kleinen Gesichtsausdruck, wenn ihr wieder gesehen habt. Mit offenem Mund. In dem Fall wahrscheinlich auch ein offener Mund. Es ist erstaunend, äh... Dass er so einfach überkannt werden konnte. Ja, aber das Verwässer an ihm hat gefehlt. Er ist zu sein seiner Basis geblieben. Gut, muss er auch verteidigen, aber... Ja... Wow. Ohohohoh... Und immer mehr Mutalisten. Ohohohoh... Ist das Böse und alles brennt. Ja. Geh raus Fantasy, komm. Lass es. Spare dir deine Energie für die nächsten Spiele. Komm. Fantasy macht GG. Sei vernünftig. Ohohoho... Oder will er etwa eliminiert werden? Ich meine... Okay. GG, da ist es. Äh... GG ist ungefähr, ja... 2-3 Minuten zu spät. Oder später als nötig. Wow. Luxury hat ihn einfach überrannt. Und, ähm... Ich würde sagen, ja... Der Luxury-Bild ist voll aufgegangen. Äh... Fantasy... Ich meine, zwar ein guter Ansatz mit dem... Mit dem... Mit dem Valkyren gegen die Mutalisten, allerdings... Ja... Hat... Hätte halt da aufpassen müssen wegen den Samplen. Und dann... Sobald die Lurker da hinten reingekommen sind, bei ihm war es eigentlich schon aus. Und... Ist dann auch nicht mehr so weit rausgekommen. Und ja... GG. Schauen wir mal, ob Fantasy noch zurückkommen kann. Äh... Bei den OSL-Viertelfinalen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ein Best of 3 oder Best of 5 ist. Ähm... Ich glaube sogar nur ein Best of 3. Weil so viel Zeit ist da jetzt auch nicht mehr. Und ja... Gutes Spiel, Luxury. Bis zum nächsten Satz. GG.